Ich hasse Halloween! Ich liebe Halloween. Großartiges Kunstblut. Lisa, noch ein bisschen Sirup für die Konsistenz. Hey Lucy, sieh mal die Kürbisse. Toll, oder? Hier fehlt noch Blut. Hier noch ein paar mehr Schnitte. Ein Zahn. Zu viel. Der Schorf muss eitriger aussehen. Und die Kopfhunde feuchter. Halloween ist echt richtig krass mit einem Grufti-Mädchen wie dir. Voll. Und endlich lässt Mom dich auch dein Grusel-Mais-Labyrinth aufbauen. Ja, endlich. Ich warte schon mein ganzes Leben darauf. Und die leben davor auch schon. Sehr schöner Schriftzug, Luanne. Gutes Verhältnis von Mais und Blut. Ernte, Dank. Hat mich auch ganz schön Blut, Mais und Gehen gekostet. Oh ja. Ja, ein Dreifacher. Was denn? Die Gags hatten doch echt Kürbis. Kapiert? So, elf. Danke für eure Hilfe, Leute. Das wird das beste Halloween aller Zeiten. Ich freu mich wahnsinnig. Okay, Leute. Es geht los. Wie weich? Hm, da geht noch was. Der linke Arm stört etwas. Ah, Lucy, nein! Hier, Lynn. Vergiss die Kettensäge nicht. Hä? Ein bisschen Kunstblut und schon läuft die Sache. Du bist ein echter Profi. Ich hätte dir das schon vor Jahren erlauben sollen. Schon gut, Mom. Ich bin nur froh, dass ich es jetzt darf. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Ich weiß, Schatz. Man sieht's dir im Gesicht an. Ich will euch ohne Witz das Blut aussaugen. Hm, da fehlt noch was. Langsam. Komm! Nein! Soll er dir in den Hals beißen? Dann sieht's echter aus. Nein! Ich mein, schon gut so. Moment, Luan. Dein Monster braucht mehr Wunden. Die Wunden der Natur. Gab jetzt... Keine Gags im Labyrinth. Sehr schön, Lenny, aber vergiss den nicht. Wieso muss ich denn so blass aussehen? Du wurdest gerade geköpft. Ich hätte trotzdem Rouge aufgetragen. Ready to rock! Oh, Fürstin der Finsternis! Eine Oktave runter auf dem Moll, bitte. Das ist viel gruseliger. Okay, Leute. Das laut Grusel-Mais-Labyrinth ist offiziell eröffnet. Schreit so laut ihr nur könnt. Alles klar? Jetzt haben wir sie! Treffer, wir haben sie hergelockt. Wie Winston Churchill einst sagte, niemals, niemals aufgeben. Dir zuliebe habe ich beim Auf-der-Stelle-Laufen in den England-Führer geguckt. Echt ganz schön dunkel hier. Jetzt habt ihr nicht so. Ich will die Süßigkeiten. Was ist das? Die Dunkelheit ist angebrochen und das Grauen kommt schon angekrochen. Passt auf, sonst ist es aus mit euch. Ha, 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 ha! Weglaufen hat keinen Zweck. Von euch bleibt nur ein fettiger Fleck. Denn ihr werdet jetzt verspeist. Ja, mit Haut und Haar. Ihr seid fällig, ihr seid dran. Steht auf unserem Speiseplan. Ja, wir wollen euer Blut absolut. So ein Pech. Reingelegt. Ihr habt nichts bemerkt. Mensch, was seid ihr wohl? Jetzt gibt es Märzchenfleisch mit Echernblumenkohl. Reingelegt. So ein Pech. Jetzt heißt es für uns Essenszeit. Die Kästchen-Säge ist bereit. Ihr kommt hier jetzt nicht mehr raus. Geister wollen euch an den Specht. Fliehen hat gar keinen Zweck. Und Mami, die hilft euch nicht. Blut und Ruhe innerein. Hier und da ein halbes Bein. Lauft nur weg. Ihr kommt nicht weit. Tut mir leid. So ein Pech. Reingelegt. Ihr habt nichts bemerkt. Mensch, was seid ihr wohl? Jetzt gibt es Märzchenfleisch mit Leckernblumenkohl. Reingelegt. So ein Pech. Die Verbrechen, die ihr heute Abend begangen habt, werden nicht ungestraft bleiben. Erntet, was ihr einst gesät. Gleich kommt's mir hoch. Wenn's dir hochkommt, dann kommt's mir auch hoch. Wir kommen hier nie wieder her. So ein Pech. Das war schön. Ja. Danke, Leute. Den Riesenstinkern haben wir eine Riesenlektion erteilt. Nein, danke euch, dass ihr sie hergebracht habt. Das war mein bestes Halloween. Ich war nie glücklicher. Glaub mir, sie ist glücklich. Dann hoffen wir doch, dass dein Labyrinth nächstes Jahr mehr Kunden anlockt. Sieht aus, als müssten wir nicht bis nächstes Jahr waschen. Das scheint wirklich gruselig zu sein. Ich geh auch nicht da rein. Das ist der perfekte Applaus für Halloween. Alle auf die Plätze. Das ist der perfekte Applaus für die Plätze. Das ist der perfekte Applaus für die Plätze.